herzlich willkommen zurück zu let's play spiel 2 online heute mit dem kenzer zielkonzentrator und dem 3r schwapper fresco ok jetzt erstmal wieder mit dem zielkonzentrator mal gucken was das heute so wird den letzten paar zwei eigentlich ganz zufrieden mit denen mir deswegen gleich mal noch einen rausgesucht und vielleicht auch weil wir noch viele haben oja ein färben ist es halt nicht nur ulti ist seppl sphäre deswegen aktiviere ich sie auch gleich mal zum abhauen sekundärwaffe springt klar jetzt wollte ich natürlich direkt von hinten auseinandergenommen gut da hätte ich jetzt auch nichts machen können ohne eine richtige bombe einfach nicht möglich fühlt sich auch bislang noch ganz okay an habe jetzt aber halt schon länger kein splatoon 2 mehr gespielt okay ich glaube der kill war ganz okay oder ja krepp ist gar keiner mehr oh gott scheiße ich habe ihn nur wenige hits gegeben ein oder zwei nur und das ist halt nicht wirklich gut hätte natürlich viel viel mehr gebraucht der macht nicht probleme das epische sniper duel nur dass ich jetzt verlieren werde ich bin runtergefallen das ist gar nicht gut keine trifft jetzt aber vielleicht rettet das noch irgendwas wenn der jetzt erstmal weg ist wo scheiße ich komme nicht durch die wand es ist nicht irgendwie noch möglich schade nee eigentlich nicht ich gebe natürlich mein bestes versuche dass das hier irgendwas bringt aber nee das ist verloren ist okay mit der waffe hat es trotzdem spaß gemacht ich weiß nicht so langsam fange ich an die sniper zu mögen also im allgemeinen im allgemeinen Cetatia mark geht es weiter schön dass wir die map auch mal wieder sehen ist auch echt schön ist auch echt schön aber hier habe ich halt keine ahnung will mit der sniper warum bewege ich mich nicht erst mal grob alles hier mit der sniper versuchen zu machen was geht so hilfe mal gebracht hat es mir leider nichts schade ja ach komm was wo kamst du denn her naja egal dann ist es halt so noch sind wir allerdings nicht in gefahr ja jetzt kann ich ja eigentlich gar nichts mehr machen sag ich doch ich brauche irgendwie einen besseren spot aber die map ist dafür nicht so gut halb zumindest so das gefühl geht mir einfach jetzt müh bei mir einfärben zu helfen damit ich wenigstens irgendwas sinnvolles mache ja aber komm da kann ich halt nicht reagieren wenn die dort hoch kommen geht nicht geht einfach nicht es gibt keinen guten sniper spot in der map auf der map ja klar kann auch irgendwie gut sein aber seid ärgerlich wenn ich genau deine sniper spiele versuch es einfach irgendwie bitte ja 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 haben wir gewonnen zumindest stand gefahr dort ich hoffe einfach mal dass es stimmt ja gut dann wechsel ich jetzt natürlich die waffe zum 3R schwapper fresco wieder im krätenkanal der 3R schwapper hat mir ja damals eigentlich ganz gut gefallen also was heißt gut er war halt overpowered alter was wie schnell ok kein wunder dass man von denen immer gekillt wird ja ich fand ihn halt schon sehr sehr overpowered auch zum killen halt so aber unsere ulti ist der tintenschauer ist denke ich ganz cool also wenn du einmal in so eine scheiße gerätst bist du eigentlich schon fast tot da kannst du ja wirklich gar nichts gegen machen wenn der so schnell die farbe wirft natürlich ist es jetzt nicht so weit wie beim richtigen 3R schwapper aber es ist halt trotzdem noch schwierig da weg zu kommen ja toll das lag halt jetzt am klecks roller ne zum einfärben her geht er auch und sekundärwaffe ist übrigens die klecksbombe ok man kann halt wegschwimmen aber im kampf bisseite ripp ja sag ich doch das geht eigentlich fast gar nicht ok der tintenschauer hätte ihn jetzt eh support gegeben hätte er es jetzt nicht so schnell geschafft aber ich glaube ich finde den 3R schwapper noch fairer als der richtige 3R schwapper klar der ist halt auch schon wieder ziemlich unfair aber immer noch nicht so unfair wie der richtige ja gut da bin ich halt selber schuld diese medusa klicks roller hat mich jetzt schon das zweite oder dritte mal getötet oder ne das tut mir ein bisschen leid die haben keine chance da brauche ich mich auch nicht wundern wenn ich gegen die sterbe ich glaube da ist man auch nicht schlecht oder so das ist halt einfach eine scheiße das ist lächerlich also ich kann es nur immer wieder sagen das ist lächerlich ich verstehe nicht wieso man sowas nicht abschwächt da geht dich ja richtig schnell ohne dass du dich wehren kannst weiß ich nicht was ich von dem halten soll aber gut gewonnen habe ich wieviel Kills ja 4 natürlich wenn man nur auf Kills setzen will kann man den schon nehmen aber ja find's halt dann trotzdem nicht gut also jetzt kann ich euch wirklich sagen fühlt euch nicht schlecht wenn ihr von einem 3R schwapper ja gekillt werdet ist nicht schlimm weil die Waffe hat halt nichts mit Fairness zu tun es ist relativ schwierig ihn halt wirklich irgendwie zu killen vor allem wenn man halt irgendwo runter schießt oder wirft wie auch immer gut aber auch auf der Map werde ich wohl ein paar Probleme wieder haben was war das? Klex-Roller okay aber ihr seht schon eigentlich können mich wirklich nur Klex-Roller und sowas töten das ist mir halt vorhin schon aufgefallen die anderen Schusswaffen die haben keine Chance Mann ich stehe hier drin also Klex-Roller und Wandswapper könnten vielleicht eine Chance haben aber mehr halt auch nicht jetzt gleich mal noch eine Bombe hinterher geschmissen weiß nicht ob das so sinnvoll ist aber ich hab gedacht ich mach einfach wo? ja gut wenn sie von hinten kommen ist ja logisch ne aber ich meine halt schon wenn man frontal gegen Leute kämpft von hinten ist ja auch so genommen lächerlich aber jeder würde jeden von hinten töten das kann mir keiner erzählen dass ihr das nicht machen würdet würde ich ja auch machen ach komm ich dachte jetzt schon er hat mir den Tintenschauer auch zugeschickt was hatte er denn? ich glaub aber er hatte ein Schutzschild oder? das hat man ja gehört es ist zersprungen das Schutzschild als ich drauf geschmissen hab also gut mit dem Schutzschild kann man das schon schaffen ich glaube keine Tinte mehr wenigstens hat er auch nicht so viel ist vielleicht dann noch ein bisschen fair irgendwo aber halt auch nicht wirklich und so schnell kam ich leider nicht weg na gut dann ist das halt nochmal verloren Multiplikator hab ich ja eh nicht mehr ok das hätte ihn jetzt aber fast noch gekillt na gut ist egal ich bedanke mich natürlich trotzdem wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts wünsche euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Part tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis zum nächsten Mal bis dann Bis dann bis dann bis dann bis dann bei